Mein Name ist Kai Böcking. Seit neun Jahren bin ich für Abenteuerleben auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe 20 Reisen gemacht und dabei über 640.000 Kilometer zurückgelegt. Mehr als 16 Mal rund um die Welt. Komm Kai! So, kommt, da geht ja noch was. Zusammenrücken. Und jetzt wieder Gas. Sehr gut und mehr Gas. Hallo, ich bin Kai. Mh, Zuckerrohr. Es ist so cool, diese großartigen Momente noch einmal zu sehen. Doch wo bekomme ich wirklich viel weite Welt für wenig Geld? Das hier sind meine persönlichen Top 5. 2019 war ich zum ersten Mal auf Kreuzfahrt. Mein Auftrag, herauszufinden, ob sich ein Urlaub auf so einem Riesendamm verlohnt. Mit im Gepäck hatte ich jede Menge Vorurteile. Teuer, nur was für alte Leute. Eintönig. Trotzdem hat es diese Reise auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt auf Platz 5 meines Rankings geschafft. Das ist sehr unglaublich, dieses Schiff. Das ist wie eine schwimmende Stadt. Die Symphony of the Seas. 362 Meter lang und 18 Stockwerke hoch. Platz für 6.500 Passagiere und 2.200 Crewmitglieder. Für unter 1.000 Euro habe ich eine Woche Mittelmeerkreuzfahrt gebührt. Ich dachte, so eine Kreuzfahrt, da müsste man ein schickes Jackett tragen und gut angezogen sein. Aber wenn ich mich so umgucke, nö, nicht wirklich. Meine Kabine liegt auf Deck 3. Eine elektronische Tafel erklärt mir den genauen Weg. Mein schwimmendes Hotelzimmer ist eine sogenannte Außenkabine. Also, das bekommt man, wenn man für eine Woche auf diesem Schiff eine Kabine für 950 Euro bucht. Jetzt mal ehrlich, das ist jetzt nicht riesengroß, aber so auf den ersten Blick, muss ich sagen, ist doch alles da, was man irgendwie braucht. Bett. Das ist wahrscheinlich das Bad da hinten, schätze ich mal. Ja, Dusche, alles da, was man braucht. Eben so ein bisschen praktisch, wie man sich das bei einer Kreuzfahrt vorstellt. Aber das Schöne ist, ich habe sogar einen Blick nach draußen. Also, nehm ich. Unsere 7-Tage-Reise geht von Barcelona nach Palma de Mallorca, über Marseille, Florenz, Rom, Neapel und wieder zurück nach Barcelona. So einer Kreuzfahrt hat man wirklich die Qual der Wahl. Jeden Abend gibt es den Cruise-Kompass für den nächsten Tag. Da ist alles aufgeführt, was man zum Beispiel an Aktivitäten machen kann. Aber viel spannender ist es immer, wo und wann kann man essen gehen. Fast 100 Restaurants, Bars und Snackläden gibt es an Bord. Ich habe eine Reise gebucht, in der nur das Essen und die alkoholfreien Getränke in den Hauptrestaurants inklusive sind. Und essen darf ich dort, aber so viel ich will. Wer auf der Symphony of the Seas Urlaub macht, kann in vielen Restaurants 24 Stunden rund um die Uhr kostenlos essen. Richtig cool ist das Spaßangebot auf dem Schiff. Seilrutschen, Kletterwand, Surfwellen und ein eigener Wasserrutschenpark. Alles kostenlos und zum richtigen Zeitpunkt auch fast menschenleer. Einfach darauf warten, dass das Schiff anliegt. Wie zum Beispiel heute in Rom. Da gehen ganz viele Leute runter und man hat das Schiff fast für sich alleine. Und endlich mal Zeit, hier die ganzen Action-Sachen auszuprobieren. Auf geht's! Ey, das ist eine krasse Bahn. Und ich bin ehrlich beeindruckt, ein Schiff, das einen amtlichen Wasserpark hat. Damit macht ihr Punkte, Freunde. Let's go! Okay, Sir, enjoy your ride. Sämtliche Aktivitäten an Bord, also auch Schnupperkurse und Abendshows, sind gratis. Über 100 verschiedene Dinge könnte ich täglich an Bord ausprobieren. Das ist ein dicker Pluspunkt für eine Kreuzfahrt. Am Abend gebe ich mich dann dem Unterhaltungsprogramm hin. An Bord gibt es wirklich alles. Casino, Bars und Diskotheken, Shows, einen Lift mit Pianomann oder Roboter, die mir meinen Wunschdrink mixen für stolze 15 Euro das Glas. Ohne Worte. Das geht schnell ins Geld. Ich könnte auch eine Flatrate für alkoholische Getränke dazu buchen. Doch die kostet 550 Euro extra. Ein Erinnerungsfoto mit dem Kapitän gibt's für 20 Euro. Am frühen Morgen erreichen wir Neapel in Italien. Die letzte Möglichkeit für mich, einen Landausflug zu machen. Diesmal will ich testen, ob sich so ein organisierter Ausflug auch lohnt. Und deshalb buche ich einen Ausflug mit den Highlights der süditalienischen Stadt. Für die meisten Leute, die eine Kreuzfahrt machen, ist das Wichtigste, dass man Ausflüge machen kann in den verschiedenen Städten. Wir sind heute in Neapel und hier auf der App zu dieser Kreuzfahrt gibt es über 20 verschiedene Touren durch. Und in Neapel über Essen, Sightseeing, was immer man sich irgendwie anschauen möchte. Ich habe mich entschieden, für die Naples City Sight Tour kostet 60 Euro die Highlights dieser Stadt. Und ich habe die Tour so verstanden, dass man bei den Highlights aussteigen darf und Bilder macht. Aber andere Länder, andere Touren. Jetzt ist er hier schon dreimal um die Block gefahren. Das ist ein Startforum. Und jetzt kapiere ich endlich. Wir fahren mit dem Bus so oft um die Sehenswürdigkeiten herum, bis jeder ein Foto geschossen hat aus dem Bus heraus. Das ist so langweilig, dass ich gleich mal eine Mütze Schlaf nachhole. Neapel sehen und schlafen. Aber dann halten wir doch mal an. Aussicht mit Blick auf Neapel. 60 Euro für das längste Nickerchen in einem Bus meines Lebens. Das hat sich wirklich nicht gelohnt, diesen Ausflug zu buchen. Mein Tipp, einfach auf so einen Hop-on-Hop-off-Bus draufspringen. Der kostet 20 Euro und fährt genau die gleiche Strecke. Nur mit dem Unterschied, dass der zwischendurch mal anhält und man kann aussteigen. Mein Fazit, ich dachte nicht, dass ich so viel für mein Geld bekomme. Im Preis von 950 Euro für die siebentägige Kreuzfahrt waren rund um die Uhr Vollpension und unzählige Aktivitäten enthalten. Nur Alkohol und die Landausflüge musste ich extra bezahlen. Eine Reise, die sich wirklich lohnt, wenn man Spaß daran hat, mit 6500 fremden Menschen Urlaub zu machen. 2012 ging es für mich nach Tokio. Ziemlich faszinierend und eine der teuersten Städte der Welt. Hier mit knappem Budget über die Runden zu kommen, ist eine echte Herausforderung gewesen. Aber es hat geklappt. Und deshalb ist Tokio mein Platz 4. Als erstes brauche ich ein Hotelzimmer und hier in Tokio gibt es die kleinsten Hotelzimmer der Welt. Kapselhotels gibt es nicht nur in Tokio, sondern inzwischen überall auf der Welt. Sogar in Deutschland. Das klappt doch super in meinem Japanisch. Konnichiwa. Konnichiwa. You speak English? Ähm. Wenig? I tell you, hey, what do you have? Yes. Haben Sie doch ein Zimmer frei? Yes. One night? One night. Standard Kapsel. 4000 Euro. Standard Kapsel? VIP Kapsel. 5000 Euro. Also Standard Kapsel 4000, also ungefähr 40 Euro. VIP Kapsel 5000. VIP ist bigger. VIP ist bigger. Bigger. Okay. Dann nehme ich lieber eine VIP Kapsel. Am Eingang muss ich die Schuhe ausziehen, das ist hier Pflicht. Im Untergeschoss bekomme ich ein Spind. Handtücher, Badelatschen, ein Kimono und eine Zahnbürste sind im Preis inbegriffen. Alles da, was man braucht. Aber man sieht, Größe 46 und die Japaner sind nicht auf so große Füße eingestellt, die passen kaum da rein. Statt privatem Badezimmer, Gemeinschaftswaschräume. Die sind aber sehr sauber. This is VIP room. Klein, fein und ziemlich eng. Thank you very much. Dann richte ich mich mal ein jetzt hier. Es gibt inzwischen jede Menge Kapselhotels in Tokio. Der Preis 20 bis 80 Euro pro Nacht. Das kleinste Hotelzimmer der Welt. Meine kleine Kapsel. Alles da, was man braucht. Geht doch. Genug Platz in der Hütte. Und gute Nacht. Am nächsten Morgen fahre ich mit der Metro durch die Metropole, so wie es Millionen Japaner jeden Tag trinken. Tokio hat ein tolles Bahnnetz. Für ein paar Euro kommt man hier preiswert von A nach B. Auch wenn es am Anfang nicht leicht ist, sich zurechtzufinden. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Super Azusa? Super Azusa, no. Number 9. Die Japaner lieben Freizeitparks genauso wie ich. Fuji-Q ist der Megapark in Japan. Nomen ist Omen. Denn er liegt außerhalb von Tokio am Fuße des Fujiyama, dem höchsten Berg Japans. 50 Euro kostet hier der Tagespass. Jetzt geht's los. Fujiyama, 79 Meter hoch, 130 kmh schnell. Das sind Tränen des Glücks, weil die hört gar nicht mehr auf, die Bahn. In 1,8 Sekunden auf 172 kmh. Dodonpa heißt diese Bahn und hat ein pneumatisches Abschusssystem, 172 kmh Spitze. Das Ding ist unfassbar. Die ersten Sekunden und ich heule schon wieder. Tagabisha, 121 Grad Gefälle. Sehr schön. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgenommen. Ich habe ganz, ganz viel gehört von dieser Bahn. Ich bin sie noch nie gefahren, aber es wird Zeit, dass Ejan Ecker und ich ein kleines Rendezvous haben. Das Besondere an dieser Bahn, die Sitze sind seitlich montiert und 360 Grad dringbar. Also das ist der Beweis, dass Ejan Ecker es wirklich drauf hat. Das ist der Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Und zwar für den Rollercoaster mit der größten Anzahl von Überschlägen in der vierten Dimension. Hier steht, dass man sich 14 Mal überschlägt auf einer Länge von 1153 Meter. Und aufgemacht hat er im 2006. Bis heute ist diese Bahn Weltrekordhalter. Die Sicherheitsvorkehrungen haben es in sich. Also hier muss man wirklich alles einschließen bei Ejan Ecker. Da darf nichts mehr in den Taschen sein. Gar nichts mehr. Nicht mal ein Stück Papier. Und vor allen Dingen, man muss die Schuhe ausziehen. Okay, alles richtig fest. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt vor meinem ersten Rendezvous mit dieser Achterbahn. War nochmal auf der Toilette vorher. Man weiß ja nie. Also, Daumen drücken. Auf keiner Bahn der Welt wird man so oft auf den Kopf gestellt. Wir beschleunigen auf 126 kmh. Drei Minuten und zehn Sekunden dauert meine Fahrt. Das ist die mit Abschland geilste Bahn, die ich je in meinem Leben gefahren bin. Unfassbar. Da gibt es keine Worte für. Es ist, man hat keine Sekunde eine Ahnung, wo man sich gerade befindet auf der Bahn. Es ist unfassbar schnell und bezieht dann echt die Hände. Besser geht's nicht. Was für ein Trip. Mein Platz vier. Denn Tokio ist die große, weite Welt und mit etwas Flexibilität auch mit kleinerem Budget machbar. Übrigens, Flugtickets von Deutschland in die japanische Hauptstadt gibt es schon ab 450 Euro. 2014 habe ich mir einen Lebensraum erfüllt. Mit dem Jeep durch den Roten Kontinent. Ich bin nach Namibia gereist, um herauszufinden, ob sich diese Reise in das weite, wilde Afrika lohnt. So, was für ein Flug. 14 Stunden, das war ziemlich lang. Aber jetzt bin ich endlich in Namibia. Und was macht man immer, wenn man ankommt in einem neuen Land, sich um die wichtigsten Sachen zu kümmern, nämlich Geld tauschen und eine Telefonkarte. Bis 1915 hieß Namibia noch Deutsch-Südwestafrika. Denn 30 Jahre lang war dieses Land eine deutsche Kolonie. Wie viele deutsche Spuren werde ich hier noch finden? Flüge nach Namibia gibt es ab 550 Euro. Und für dieselbe Summe kann man von Deutschland aus online noch einen Jeep für eine Woche buchen. In Windhoek treffe ich Ys. Der Rapper will mir den landestypischen Lifestyle zeigen. Das muss Ys sein. Das ist richtig. Hey, cool. Ich komme rein. Ja. Willkommen im Shaggin'Ragin. Das ist ein cooles Auto. Dankeschön. War das jetzt die Begrüßung? Nicht ganz. Ich muss dir eigentlich zeigen, in Namibia begrüßt man sich einmal so. Dann geht man wieder auf den zurück und wieder den. Okay. Das ist so der offizielle Gruß. Da gibt es aber so viele verschiedene. Ja, müssen wir alles erklären. Was machen wir denn? Ich zeige dir ein bisschen Windhoek und danach denke ich, machen wir so richtiges namibianisches Brei. Wir machen einen Brei. Richtig. Wir essen was. Brei. Also nicht das Grießbrei, sondern ein Grill, ein Barbecue. Bei uns heißt das Brei. Ein Brei. Okay. Fleisch, Fleisch, Fleisch. So, los geht's. Gut. Rund 10.000 deutschstämmige leben auch heute noch in Namibia. Spuren der deutschen Kolonialzeit sehe ich überall. Straßen gibt es immer noch. Die Casinostraße. Ja. Es gibt schon noch viele deutsche Straßen. Es gab es viel, viel mehr, aber da sind noch viele, viele deutsche Straßen auf jeden Fall. Wir fahren jetzt gerade in der alten Kaiserstraße und jetzt heißt sie die neue Independence Avenue. Kalatura ist das Ghetto von Windhoek und da kann man sehen, wie wir, wie dolle wir Namibianer Fleisch lieben. Und das wollte ich dir einfach mal zeigen, weil das ist schon wichtig für uns. Gott. Der sieht ja schon schräg aus. Und es ist schräg. Es riecht nach Blut und gegrilltem Fleisch. Ich bin ganz froh, dass Ys mich zum Einkaufen dann doch in den Supermarkt schickt. Auch wenn das Fleisch auf dem lokalen Markt um 30 Prozent günstiger ist als in diesem deutschen Supermarkt. Hier gibt es Fleisch, so wie ich es von zu Hause kenne, an der sauberen Fleischtheke. Mein Auftrag für acht Leute Grillgut einkaufen. Somebody speaks German? Ja. Ah, hallo. Hallo, ich bin Kai. Hallo, hallo. Ich bin zu einem Brei eingeladen heute Abend. Und ich soll einkaufen. Und ehrlicherweise gibt es ein paar Sachen, ich weiß nicht mehr, was es ist, aber Sie wissen vielleicht. Ich werde Ihnen auf jeden Fall helfen. Böhrewurst. Das ist Böhrewurst. Das ist unsere traditionelle Wurst, also eine Bienebratwurst. Die wird vom Wild hergestellt und kann man schön auf den Rost machen. Und dann? Das ist wie in Thüringen, die Thüringer Bratwurst, so gibt es hier halt bei uns die Böhrewurst. Und der nette deutsche Metzger zeigt mir noch ein paar andere Leckereien. Denn hier gibt es auch Gamsbock und Antilope. 6,50 Euro kostet das Kilo Wildfleisch, also preislich mit Deutschland nicht zu vergleichen. Eine Sache habe ich noch vergessen, das muss ich noch besorgen, nämlich Bier. Und ich habe im Internet nachgeguckt, es gibt in Namibia natürlich eine deutsche Brauerei. Da fahre ich jetzt noch schnell vorbei. Beim Grillabend mit meinem neuen Rapper-Kumpel und seinen Freunden möchte ich mit gutem Bier glänzen. Das ist natürlich genauso, wie man sich das vorstellt. Eben, ein bisschen was ist hängen geblieben. So ein bisschen Tradition muss sein, oder? Genau so ist es. Aber schmeckt das Bier wie bei uns in Deutschland? Ich habe mir für unser Grillfest ein paar Fläschchen abfüllen lassen. Das Sixpack kostet in Namibia übrigens um die drei Euro. Mein Bier. Da ist es. Das Brei ist gerettet, oder? Das Brei ist gerettet. Ich danke dir, war mir eine große Freude. Ciao. Zum Treffpunkt, den mir Ys genannt hat, brauche ich eine Stunde Fahrt, gute Nerven und eine Karte. Kein Navi der Welt kann mir hier helfen. Und dann endlich? Alter, das ist ja am Arsch der Welt. Ja, das ist genau hier, wo wir heute sein müssen. Ja? Ja. Ich habe schon Feuer ready, wir können gleich loslegen. Ich habe alles dabei, Bier und Essen. Hast du das alles hingekriegt? Alles hingekriegt. Perfekt, my man. So. So. Und wieder so. Und so. Okay, dann let's go. Ys und seine Kumpels warten schon auf mich. Die Location ist der Knaller. Ein ausgetrocknetes Flussbett mitten in der Wildnis. Dafür hat sich die Fahrt auf der Schotterpiste gelohnt. So habe ich mir Namibia in meinen Träumen vorgestellt. Am nächsten Morgen geht meine Fahrt durch Namibia weiter. Ich will noch mehr von diesem Land sehen. In Namibia gibt es bis heute noch viele deutsche Gemeinden. Eine davon ist Wilhelmsthal. Hier betreibt die Familie Gebauer einen kleinen Landhandel. Wie ist das hier so, wenn man weit außerhalb der großen Städte ist? Gibt es hier eine deutsche Gemeinschaft? Wir sind fast nur Deutsche hier. Oh, wirklich? Also in der Wilhelmsthaler Okazise-Gemeinschaft kann man sagen 90 Prozent Deutsch. Und da gerade Kaffeezeit ist und es hervorragend duftet, mache ich erstmal Pause. Was will man mehr mitten in Namibia? Deutschen Streuselkuchen und einen deutschen Kaffee. Kaffee und Kuchen wie bei Mutti für umgerechnet 4 Euro. Mein Fazit. Namibia ist preiswerter als Deutschland. Der entscheidende Vorteil für deutsche Urlauber, man kommt hier nahezu ohne Fremdsprachenkenntnisse aus. Die Mischung aus Heimatgefühl und afrikanischer Kultur hat mich nachhaltig fasziniert. Deshalb mein Platz Nummer 3. 2013 ging es für mich nach Kuba in die Karibik. Meine Nummer 2. Hier kann man doch sicher günstig Urlaub machen, dachte ich mir. Ich wollte herausfinden, was das sozialistische Land bietet. Ich hatte viele Bilder im Kopf. Armut, Sonne, Zigarren, abgerockte Häuser, uralte Autos und ganz viel Lebensfreude. I love you! Amigo de Cuba. Amigo de Cuba. Kubaner, so sehen die aus. Ja, ja. No problem. Ich hatte jetzt. Es kostet natürlich alles Geld, klar. Ja, ja, ja. Ich habe mir für 70 Euro einen Mietwagen genommen, denn meine Unterkunft liegt in Vinales. Das ist ein hübscher kleiner Ort im Landesinneren. Hier habe ich mir ein Privatzimmer gemietet. Nur, wo ist es? Villa Jelaidis. Villa Jelaidis. Donde ist die Villa Jelaidis? Drei, drei. Okay. Hola? Hola. Villa Jelaidis? Yes. Diese Privatquartiere in Kuba sind eine Art betreutes Wohnen. Ich werde herzlich von Maria und ihrer Familie empfangen, obwohl sie kein Englisch redet und ich kein Spanisch. Mein kleiner Palast für die nächste Nacht. Und das ist echt schön. 25 Euro pro Nacht kostet das Zimmer, inklusive Halbpension. Erst seit einigen Jahren erlaubt der kubanische Staat diese Vermietung von Privatzimmern. Eine der wenigen Gelegenheiten für Kubaner, nebenher ein wenig Geld zu verdienen. Maria lebt mit ihren Eltern und Kindern im Haus nebenan und kümmert sich früh am Morgen um mein Frühstück. Egal wo ich hingehe, die Erinnerungen an die große Zeit vor der Revolution Ende der 50er Jahre ist auf der karibischen Insel überall zu spüren. Inzwischen hat sich Havanna übrigens gemausert. Immer mehr verfallene Gebäude sind restauriert und erstrahlen in neuem Glanz. Es gibt wirklich viele Arten, sich hier in Havanna fortzubewegen. Es gibt ganz normale Taxis, es gibt Pferdedroschken, es gibt so eine Art Tuk-Tuk, es gibt Fahrrad-Dreirad-Taxis und natürlich die weltberühmten Oldtimer aus den 50er Jahren, aus den USA. Wir sind schön restauriert und lackiert, aber ziemlich teuer, sogar für Touristen. Und ich will ja mal so fahren, wie die Kubaner fahren. Und deshalb nehme ich mir ein sogenanntes Collectivo. Collectivos sind Privattaxis, die eine fixe Strecke fahren und so viele Leute mitnehmen, wie reinpassen. Mein Taxifahrer Joel ist eigentlich Ingenieur. Mit seinem Taxi hat er sich einen Traum erfüllt. Nach der Fahrt will ich so richtig typisch kubanisch essen gehen. Es gibt auf Kuba zwei Arten von Restaurants. Es gibt staatliche Restaurants und es gibt sogenannte Palandares. Das sind im Grunde private Restaurants, mal entstanden vor einiger Zeit. Da konnten Leute, die eine Wohnung haben, ein paar Gäste bewirten. Seit einigen Jahren darf man das bis zu 50 Gästen. Und so sind die ganzen Palandares hier entstanden. Und eines der besten Restaurants in Havanna ist dieses hier, San Cristobal. Und Palada bedeutet übrigens Genuss. Carlos? Hi. I'm Kai. Hi, Carlos. Hola. Hola, como va? Tudo bien? Bienvenido. Carlos und seine Familie servieren hier in ihrem ehemaligen Wohnzimmer die einfache, typische kubanische Küche für ein paar Pesos. Das ist ganz berühmt. Das ist Reis mit Bohnen. Und fertig ist es. Okay. I try now. Ich try now. Kubanische Gerichte sind nicht besonders kompliziert. Schweine- oder Hühnerfleisch, dazu Gemüse und den obligatorischen Reis mit Bohnen. Okay. Good. Well. Das ist richtig leckeres Essen. Das wohl bekannteste kubanische Produkt. Zigarren. Hier in der Gegend um Vinales, so sagen die Experten, wächst der beste Tabak der Welt. In einer Zigarrenfabrik will ich lernen, wie man eine Zigarre rollt. Nicht schön, aber selten. Meine erste Zigarre. Kuba, das war für mich Liebe auf den ersten Blick. Und die Reise ist auch heute noch bezahlbar. Unterkünfte gibt es ab 30 Euro pro Nacht, ein Flugticket ab 450 Euro. Das Wichtigste aber ist auf Kuba gratis. Die Lebenslust der Menschen hier, die machen wirklich aus dem Wenigen, was sie haben, eine ganze Menge. Und deshalb, allein deshalb schon, lohnt sich eine Reise nach Kuba. Und deshalb ist Kuba meine Nummer 2. Kommen wir zu meiner Nummer 1. In China Strandurlaub machen. Auf die Idee kommen nur rund 9000 Deutsche im Jahr. 2018 auch ich. Kein Witz, denn als ich davon hörte, dass es in China so eine Art Hawaii geben soll, habe ich meine Koffer gepackt. Die Rede ist von Hainan, eine Insel im südchinesischen Meer. Der 16-stündige Flug dorthin ist mit 650 Euro recht günstig und das Hotel, das ich gebucht habe, auch. Toller Service für 60 Euro, inklusive Frühstück. Und das Zimmer hat Platz für bis zu drei Personen. Wow! Hey, das ist ja richtig groß. Riesenbad. Wie nett. Zur Begrüßung. Und einen eigenen Balkon habe ich auch. Riesenpool da unten. Und da muss man kurz über die Straße gehen und da hinten ist der Strand. Cool. Alles richtig gemacht. Zeit für meinen ersten Ausflug. Hainan hat wirklich viel Ähnlichkeit mit Hawaii. Tolle Palmen, tolles Wetter, 30 Grad, super Strände. Das einzige Problem ist, es spricht hier wirklich niemand Englisch, zumindest in meinem kleinen Hotel nicht. Und deshalb funktioniert auch nicht der Trick, den man normalerweise in China macht, sich nämlich von der Rezeption für den Taxifahrer das Ziel auf Chinesisch aufschreiben zu lassen. Es versteht mich halt kein Mensch da drin. Einzige Chance, die ich habe, ist eine Übersetzungs-App. Und mit der, man glaubt es kaum, spreche sogar ich perfekt Chinesisch. Und diese App funktioniert wirklich einfach. Man sagt einfach auf Deutsch, wo man hin will. Affeninsel. Da steht's geschrieben und es wurde auch mal gesagt. Monkey. Monkey. Genau. Affe. Los geht's. Taxifahren ist auf Hainan die einfachste und billigste Art, von A nach B zu kommen. So, eine Stunde gefahren von Sanja aus und auch hier läuft ein Taximeter mit auf Hainan. Von daher sind das jetzt ungefähr 30 Euro für diese lange Fahrt. Und 20 Euro kostet der Ausflug auf die Affeninsel. Seilbahnfahrt inklusive. Wie heißt es immer so schön? Jeder Affe macht ein Selfie. Sobald die Sonne untergeht, beginnt das Leben auf den Nachtmärkten der Insel. Ja, und das ist natürlich das typische Streetfood. Überall in China, da gibt es zum Beispiel Entenköpfe, Innereien, Pansen, Leber. All die Sachen, die Chinesen gerne essen und ich überhaupt nicht gerne. Ein Tipp von mir, den ich jedem Reisenden ans Herz lege. Alte Regel auch in China, nur das Trinken, was verschlossen ist. Und die einfachste Lösung ist natürlich, eine Kokosnuss zu kaufen. Ich hätte gerne eine Kokosnuss. 10 Yuan, das sind 1,30 Euro für eine frische Kokosnuss. Chinas Küche ist vielseitig, lecker. Aber für europäische Mägen manchmal eine echte Herausforderung. Sobald ich sehe, dass etwas auf den Punkt zubereitet wird, irgendwie im heißen Wasser brodelt oder in heißem Fett, esse ich es. Wenn nicht, lasse ich die Finger davon. Und wer ganz sicher gehen will, der geht in ein sogenanntes Hot Pot Restaurant wie dieses hier. Da gibt es zwei verschiedene heiße Soßen. Man bestellt sich dann ganz viele Zutaten dazu. Zum Beispiel Fischbällchen oder Tofu. Legt es in die verschiedenen Soßen, gart es und dann kann garantiert nichts passieren. Kampai! Und alles nur für 15 Euro. Am nächsten Tag fahre ich in einen der größten Wasserparks Chinas. Der Eintritt kostet stolze 50 Euro, doch es wird sich lohnen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mit dir ein bisschen Angst. Und das zurecht. Auf dem Weg nach oben sehe ich erst, wie lang diese Bahn ist. 280 Meter. Mit Vollspeed geht es rauf und runter. Nix für Weicheier. Boah, Alter. Das ist ja echt krasser Scheiß, das Ding, ja. So, das war Tornado Spin und das war schon großartig. Und diese Seite heißt hier Tornado Wave. Let's go! Let's do it! Ich frage mich ja manchmal, was ich hier eigentlich mache. Ich sage ja, es geht abwärts mit mir. Das ist die letzte Rutsche für heute. Hey, das ist ja schwer, weg hier! Oh! Das ist echt krass. Also dieses Teil fordert wirklich alles. Aber geil ist es. Und mein Fazit? Hainan erfüllt das Motto, die weite Welt für wenig Geld perfekt. Man kann preiswert wohnen und essen. Man erlebt Exotik, Adrenalin und Hawaii-Feeling. Deshalb ist die chinesische Ferieninsel nach wie vor meine persönliche Nummer 1. Das ist ja schon. Ich glaube, es wird ein bisschen混allen, Orange,scäße mit einemy Troy. Aber warum sei. Ich glaube, was ich das. Vielen Dank.